Wahrscheinlich auch noch blöderweise einen angeguckt und ist ein zweiter dazugekommen. Mistviecher. Und das ist sehr ungesund. Mistviecher, sag ich nur. Die sind sehr ungesund. Die machen echt böse Schaden, ja. Und dann musst du dir das Ganze jetzt mal vorstellen, wenn du keine Eisenrüstung anhast. Das ist To-Lit-Wonder. Alter! Alter! Was ist denn? Ich hab gedacht, du bist ein Creeper. Ich sei ein Creeper? Wieso ich? Schaf. Ich habe nur Bobo gehört und dachte mir nur, oh nein, jetzt bist du tot. Da hinten sind wieder ekelhafte Zombies. Nein. So viele Spinnen. Au. Wow. Das waren aber ein paar viele Spinnen, ha? Drei Stück. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Vielen Dank. Wieso? Ich wollte, ich wäre ein Wund. Bock, Bock, da hätte ich viel zu tun. Bock, Bock, ich lege da jeden Tag rein und sonntags manchmal zwei Bock. Ganz toll. Ja. Ja. Sporecki, kannst du das wieder rausschneiden? Was soll ich rausschneiden? Das ist ein Gesang? Das ist ein Gesang. Ja? Nee, der wird mehrfachst wiederholt. Oh mein Gott, nein. Da haben wir aber ein paar Leute, die gucken und die werden so erschreckt. Oh, da hinten sind Spinnen. Ich kriege das Steak nicht mehr. Welches Steak? Ja, aber doch, was hier liegt. Was will ich mit dem verrotteten Fleisch, obwohl das kann man tauschen, ne? Richtig. Ich nimm's doch mit. Da hinten sind Spinnen. Wo? Da. Wo sind Spinnen? Da, im Salz, in der Wüste. Ja. Musst du machen, Augen auf. Ja, aber das sind wirklich nur Spinnen. Da sind Skelette. Da ist allerhand. Hallo Skeletto. Ja, auch unter meinen Leuten her. Jetzt brennt du diese Spinne. Da hinten ist ein... Ist das ein Zombie oder ein Enderman? Zombie. Und Kripa. Hey. Ah, keine. Sehr gut. Nimm's. Juhu. Äh, warte, hier ist, äh, äh, hier. Pulver. Ah, danke. Da ist ein Skeletti. Du weißt schon, Schießpulver. Oh Mann, ich sollte was essen. Achso, ich hab noch Steaks für dich. Ich hab, danke, im Augenblick. Hat noch jemand Pfeile, die er nicht braucht? Warte, ich guck mal in mein Inventar. Nein, ich hab keine Pfeile. Ah, ich hab zwei Federn. Da hinten sind Spinnen. Ganz viele Spinnen. Spinnis. Kommt schon. Naja, fast. Naja, und du hättest auch genug Pfeile, wenn du sie rausziehen könntest. Na komm. Ja, wo seid ihr denn, meine Kleine? Ja, genau. Schmeiß sie mir jetzt in Sicht. Alter. Steh ich drauf. Was denn? Da ist noch so eine kleine Invasion. Vorsichtig, auch ein Enderman ist dabei. Hier kommt erstmals Zombie. Zombie, komm her. Wer wollte denn die Pfeile haben? Ach, Platine? Ja. 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 Hier ist ja die Hölle los. Ah, so können wir das auch sagen. Ich hab eine Enderperle. Sehr schön. Hier liegen Pfeile. Na, wenn die da liegen, kriegt man die nicht. Nein, die hab ich von dem Skelett. Ach so. Aua. Na. Alter. Na, komm her. Der ist schon mal tot. Ich mach keine Creeper mehr in mein Gesicht, okay? Wenn du mir in ein Schwert läufst. Nee, nee, nee. Hier, gib das auf. Da, mach. Da sind noch Zombies. Warte. Zombies. Bleib stehen. Wieso? Sonja. Platzi, bleib stehen. Ich dachte, du meintest mich. Oh, so lang ist es ein Weg, es sich mit dem Weg auszulegen. Wie viel hast du? Da hinten sind noch Erfahrungspunkte. Nee, doch nicht. Ist ein Pfeil. Nee, 24 hab ich. Was, 24? Hi, du. Oh, ich glaube, das war's. Die Ebene ist gereinigt. Die Ebene ist gereinigt. Mit dem? Level ist gut. Da hinten ist noch ein Zombie. Zombie. Und Creeper und eine Hexe. Okay. Die mach ich aber besser nicht alleine. Kommt einer mit? Wo ist Liri denn jetzt? Hier unten ist die Hexe. Nein, wo ist Liralia? Hier, die ist bei mir. Lass uns weiter. Ach. Die Hexe ist weg. Die wartet auf den Zorn, Bibi. Nee, die höre ich hier irgendwo noch, die dumme Hexe, aber egal. Ich kriege. Ich hab's mir auch wieder. Na, komm raus. Wo ist sie? Da ist die Hexe. Kriegen wir sie? Habt ihr sie? Da unten drin. Da. Wow, 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 wow. Oh, die blöde Kuh hat mich vergiftet. Ja, mich auch. Mach schütz. Das macht Schaden. Macht nichts. Ja, immer schön gegen Anessen fertig. Hier ist sehr viel Kohle hier unten, aber. Oh, oh. Was ist denn? Liralia, du bist vergiftet. Oh, fuck. Wer hat denn mein Eisen eingesteckt? Ich zwar nicht, aber ich kann dir welches geben. Da. Ich hab auch Eisen. Hast du oder brauchst du noch? Ich hab's. Boah. Wo seid ihr? Hier vorne. Ach so, ich seh eure Schilderchen. Sehr schön. Da bin ich wieder. Liralia hat ein Erfolg erzielt. Zu den Waffen. Da sind Glasflächen. Wieso nimmt die keiner mit? Glatti, ich hab einen Bogen gekriegt. Puh, wieso hast du einen Bogen gekriegt? Du brauchst doch gar keinen Bogen. Von einem Skelett. Sehr schön. Wieso hab ich hellgraue Wolle? Möchte jemand hellgraue Wolle? Ja, die hab ich sowieso im Inventar gekriegt. Und ich hab ein Ei. Guck mal, hier ist der Bogen. Warte. Da ist braune Wolle. Kann ich nicht mehr aufheben. Dann gib mir was anderes. Ähm, ich hab Federn. Braucht einer Federn? Sand, ja. Sand kann ich noch gebrauchen. Mein Inventar ist recht leer. Gott, ist das chaotisch in diesem Inventar. Ich hab 64 Kartoffeln aufgehoben, Mädels. 64. Wenn wir die alle anbauen, dann haben wir... Bessen Werkbank ist denn bitte? Meine. Was macht ihr da? Warum macht ihr hier Löcher? Hier fällt da alles ein. Meine Maus spielt... Meine Maus spielt grad verrückt. Bist du wahnsinnig? Wir stürzen hier alle in die Tiefe. Nö, nö, alles gut. Mö. Da hoch! Geronimo! Da hoch! Ach nee, kann ich ja nicht mehr sagen, ist jetzt Dach. Ich meine, wir können auch langsam wieder in Richtung Heimat. Da sind ja noch mehr Akazien. Oder ist das der Weg, wo wir gerade herkommen? Das ist, glaube ich, die Strecke, wo wir herkommen. Also in die Richtung, in die ich jetzt gucke, geht's gen Heimat. Aber da lang sind irgendwie so Berge, die sehen toll aus. Wo lang? Da so. Ja, dann lass uns noch einmal zu den Bergen. Dann gehen wir da auch einfach mal rüber. Solange wir wissen, wo wir nach Hause kommen, ist ja alles egal. Ja, ich habe doch den Kompass. Es war wichtig, dass den einer eingesammelt hat. Okay, da kommen wir auch ganz schnell hin. So weit weg ist das gar nicht. Die Planschi ist eine Wucht. Die Planschi macht das Baden. Spaß. Kmietsche Entchen. Wer singt denn da schon wieder? Hört ihr auch zu singen heute? Kmietsche Entchen. Nein? Oh, ich habe gut gedacht, hier wäre jetzt was Hübsches. Irgendwie. Nicht wirklich. Nö. Ein Hase ist hier, der sich gerade todesmütig in die Tiefe gestürzt hat. Du meinst, hier war ein Hase. Huch. Wow. Au. Verflickst doch runtergefallen. Hier kannst du ins Wasser springen. Na toll. Du musst ein bisschen Anlauf nehmen, auch du bestunden. Na toll. Na ja, für unsere erste Erkundungstour war das auch schon gar nicht so schlecht, oder? Ja. Gute Ausbeute, vor allem an Wolle. Und Karotten und Kartoffeln. Und Karotten und Kartoffeln. Wir können jetzt mal eine ordentliche Fläche anlegen. Und nicht nur so ein halbherziges, irgendetwas direkt am Wasser. Was haltet ihr davon? Ja. Einen richtigen kleinen Acker mit Bewässerung. Wie sich das gehört. Ja. Und schön abgegrenzt. Und dann fahren wir uns Tiere und so. Warum schlachtest du die Kuh? Schön einen Zaun drumherum, damit da keine Kräfte drauf kommen. Na ja, dann nicht. Ja, soll ich euch dann mal nach Hause führen? Ja, dann renn noch mal. Dann folgt mir mal. Aber unauffällig. Ihr sagt, wenn ihr mich nicht mehr seht. Ja, halt mal an. Die beiden anderen bleiben gerade hinter uns zurück. Nur Geist? Nee, da hinten ist das Platypus. Wir sehen Sie. Die schlacht die Schere. Die ist am Schroffesche. Ich glaube, die schlachte Kühe. Ich schlachte unschuldige Blümchen. Komm, schlachte ein paar Kühe. Machen wir heute Abend ein Grillamt. Oh ja, so ein richtig ordentliches Steak. Nur mit Salz. Wer von euch hat denn einen leeren Eimer? Dann können wir ja mal eine Kuh melken. Ich habe keinen leeren Eimer. Nö, Wasser eimer. Dann schütt doch das Wasser weg. Nö. Gibt es in einer nicht, wenn wir nichts tun? Moment mal, eben nicht weglaufen. Ich will mal eben hier was gucken. Das ist doch auch nur wieder eine Höhle. Ja, deswegen. Ja, ich will da ja nur rein. Aber war oben zur Hölle, schlachtet ihr die Kühe? Tue ich doch gar nicht. Wir wollen killen. Oh, Plattie? Mhm. Komm mal. Ja, weiter. Danke. Oh, ich komme da oben nicht mehr dran. Das macht nichts. Solange man nur drei Blöcke runterfällt, ist alle check. Alles über drei tut weh. Also, was ist jetzt? Wollt ihr mir jetzt weiter folgen oder nicht? Ja, 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 ja. Lauf. Dann los. In die Richtung? Ich werde es umgedreht. Nein. Der Kompass zeigt genau in diese Richtung. Also los. Na, wer weiß, was du für einen Kompass hast. Bestimmt einen billigen vom Aldi, der tut es nicht. Hallo? Teuer von mir selbst zusammengebaut, ja? Seid ihr noch da? Ja, hau. Dann los, weiter geht's. Plattie hinter mir? Ja. Alles gut. Ich sehe nichts. Boah, ich habe gerade den Turbo eingelegt und bin gestürzt. Verdammt. Das ist so, ja. Okay, jetzt müssen wir irgendwie über diesen Berg erstmal hoch. Oh, hier schaut's doch ganz nett aus. Okay. Aua. Aua. Lass mich raten, du läufst gerade stumpf nach Kompass. Richtig. Ist die beste Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Die kürzeste Verbindung zwischen A und B ist ne gerade. Weißt du Bescheid. Weil ich glaube, wir müssen eigentlich schon bald fast da sein, Mädels. Bald fast. Bald fast ist ein schöner Begriff. Bald fast. Ach, Ruhe. Maule, maule. Würmlies. Folgt mir, ich weiß auch nicht, wo's lang geht. Ja, das sagt die mit dem Kompass. Hallo. Ist alles gut. Ich bin auf dem rechten Wege. Huch, warte. Hier geht's back up. Hopp. Hopp, hopp. Oh. Ich sehe unseren Strahl, Mädels. Ich sehe unseren Strahl. Ich auch. Gesunder Mittelstrahl, oder? Ja, absolut. Vom Morgenurin. Roch auch nicht nach Bakterien. So nett. Ja. Total schön. Das ist schön. Wuppa. Hallo. Baum, lass mich vorbei, Baum. Oder ich fälle dich. So, jetzt ist die Frage, an welcher Stelle bauen wir unser Feld. Unser richtig schönes, großes Feld. Weißt du, was ich gerne hier bauen würde? Haben wir eigentlich, wir waren aber jetzt in der Wüste, haben wir auch Sand gesammelt? Wie viel willst du haben? Ich brauche vor allen Dingen Sandstein. Sandstein habe ich nur drei. Das sind so viele. Sandstein kannst du ganz einfach aus Sand herstellen. Ich weiß. Warte mal. Lass mal stehen. Ich kann nichts aufheben. Ich kann nichts aufheben. Ich muss erst mal meine Inventale hier machen. Dann mach dein Inventale, ja. Dann stelle ich die Steine einfach hier hin, dann kannst du dir die gleich abbauen. Der Sand, wo wollt ihr den hinhaben? Ja, wo Sand dran steht, bitte Sand rein. Ist das wahr? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte er dich schön gefunden. Aua. Halt. Warte, warte, warte. Gebratenes. Nö, das tut er. Also. Kartöffeln. Getreide. Karotten. Zuckerrohr. Karotten. 20 Karotten habe ich gesammelt. Das ist doch schon mal gut. Ich habe ein Ei. Aber man muss auch echt sagen, wir müssen jetzt erst mal rote Beete-Samen. Spinnenauge, das ist Monsterlot, ne? Wo ist roßfleisch? Kartoffeln und Pilze. Die Kartoffeln müssen wir auch erst mal pflanzen, bevor wir sie essen. Kürbismelone. Was ist denn eine Kürbismelone? Wenn er mein Gesicht zirken, wie ich sehen könntet. Sorry, ich kann nicht lesen, was da steht. Ja, ich muss doch, wenn ich am Einräumen bin, auch erst einräumen. Rote Beete und Apfel. Wo ist denn Monsterlot? Ich habe hier noch Knochen. Draußen. Oh, genau. Drei Eier. Wow. Monsterdrop. Hier. Hier ist Monsterdrop. Oh, da drin? Die Kiste, die ich gerade aufgemacht habe, ist Monsterdrop. Auch da. Wir haben zu viele Kisten, Mädels. Ne, wir haben sogar noch zu wenig. Ich habe gar keinen Obsidian. Das ist chaotisch mit den vielen Kisten. Ich habe noch Eisenerz. Kann ich das in einen von den Öfen packen? Mhm. Mal eben zu dem Holz. Eiche. Strickmamsel hat mein Schild eingesackt. Geh weg. Was hat das hier? Gib mir mein Schild zurück. Welches Schild? Das, was du eingesackt hast. Ja, ganz lieb sein. Okay. Hör auf, das Strickmamsel zu schlagen, sonst komme ich dir da rüber, do. Seid freundlich zueinander. Sind wir. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Ach, du Scheiße. Aber sonst geht's hier gut, ja? Blendend. Die hat's Gold, Obsidian. Blume, Fichte. Maaah. Granite. Sag mal, zehnmal schnell hintereinander fichten, dicke ich. Spinnerin. Was? Und wo kommt Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein? Bruchstein, Bruchstein, alles was für... Das war Eckstein, aber das hast du das letzte Mal schon erwähnt. Ich habe hier nur rote Beete-Samen. Habt ihr irgendwo eine Kiste für mit Samen? Blume. Oh, der Bruchstein ist voll hier. Edels, wir haben zu viel Bruchstein, ich glaube. Das war Wahnsinn. Er kann den Bruchstein haben. Feder ist Monster-Drop, oder? Mhm. Wo habt ihr denn Saatgut? Blume. Blume? Immer noch Blume. Ich habe nämlich rote Beete-Samen. Das ist gut. Monster-Drop. Und Gras habe ich auch mitgebracht. Ich habe auch rote Beete-Samen. Ich bin heute sehr anfällig, was Ohrwürmer angeht, merke ich gerade. Plattie, wo ist Wolle? Sag mal, was kann man denn aus Faden alles noch machen? Und wo soll Kaninchen-Fell rein? Ach, hier ist sowieso schon wieder. Ach, ich wollte. Ach, da. So, jetzt ist mein Inventar halbwegs leer. Was haltet ihr davon? Pass auf. Komm mit. Zack, 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 zack. Oh, es ist dunkel. Dann legen wir uns jetzt hin. Okay, Blumen. Na gut, wir haben genug gejagt. Blumen Group? Hallo? Blumen? Bei Holz. Da hat Blumen. Agatje? Da oben. Liegt die jetzt alle im Bett, oder was? Ja, wir warten. Oh, mein Bett ist wieder frei. Miii. Fleisch? Fleisch?